Moin Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo auf meinem Kanal, Freunde, heute für euch war es wirklich dickes im Test, die Heron Cake 35-10, Freunde, ein wirklich brachiales Ding, Freunde, auch wieder eine Fächerbatterie, die mir extrem gut gefällt, Freunde, Heron, meiner Meinung nach, auch wirklich dicke Zerleger, Freunde, das Ganze hat mir gut gefallen, deswegen habe ich mir über PyroWeb mitgenommen, danke nochmal an PyroWeb, checkt die Leute auf jeden Fall auf Instagram oder in ihrem Onlineshop aus, Freunde, die beantworten nicht, das sind die geile Fragen, Heron Cake 35-10, darum geht es heute, Freunde, ist ein dickes Ding, ich werde das Ganze jetzt mal aufmachen für euch, gefällt mir extremst gut, der Siebhund jetzt nochmal, hat auch, ich glaube, das ist ein 25er Kaliber, was wir hier haben, müsste ein 25er Kaliber sein, genau, so ist es richtig, Freunde, ist extremst geil, muss ich ja sagen, Heron Cake, was auch die Zerleger immer von Heron, finde ich extremst geil, wir haben hier eine Gesamt-NEM von 420 Gramm, wie ihr jetzt hier oben sehen könnt, 420 Gramm, NEM, Freunde, cooles Design, Freunde, und ich würde sagen, wir gehen jetzt raus und testen die Heron Cake 35-10 von Heron für euch, ich freue mich extremst drauf auf diese geile Fächer-Cake. So, Freunde, Heron Cake 35-10, schöner Abschluss an Silvester, Freunde, ich würde sagen, let's go Heron Cake 35-10. Alter, Leute, was ein Heron-Geteil. What the fuck, Freunde, die Funken kommen bis runter.